Der indische Industriekonzern Tata hat sich nach eigenem Bekunden mit der britischen Investmentfirma Greybull Capital auf den Verkauf eines Teils seiner europäischen Produktionsstätten geeinigt, mit 4.400 Mitarbeitern in Großbritannien und 400 in Frankreich. Greybull Capital will nun knapp 500 Millionen Euro in die Werke investieren, die künftig unter dem Namen British Steel weitergeführt werden sollen. Der Besitzerwechsel soll für das Unternehmen in Scunthorpe ohne Entlassungen abgehen, so Greybull. Der Erwerb sei für nominal ein Pfund abgeschlossen worden, zwei Hochöfen, eine Maschinenbauwerkstatt und eine Designberatung in Großbritannien seien auch noch mit dabei und ein Hochofen in Frankreich. Greybull schloss Interesse an der Anlage in Port Talbot, Wales, 4.000 Mitarbeiter nicht aus. Der andere potenzielle Bieter, Sanjiv Gupta, betonte seine finanzielle Leistungsfähigkeit.